Seit der Gründung unserer ambulanten Pflegestation im Jahr 1992 haben wir stets das Ziel, unsere Patienten so liebevoll und fürsorglich wie möglich zu betreuen. Bei uns steht der Mensch mit all seinen Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt unseres pflegerischen Handelns. So haben unsere Pflegekräfte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme ihrer Patienten und versuchen mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Mit all diesen Maßnahmen wollen wir es unseren Patienten ermöglichen, ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, denn die Wahrung der Menschenwürde steht bei uns an erster Stelle. Durch interne und externe Fortbildungen, Fachliteratur und spezielle Arbeitsgruppen befindet sich unsere pflegerische Versorgung auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnis. Darüber hinaus sichert eine intensive Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten und Seelsorgern eine bedarfsgerechte Pflege. Unsere Mitarbeiter zeichnen sich durch eine gute Beobachtungsgabe und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen aus und so sind wir davon überzeugt, für unsere Patienten tagtäglich unser Bestes zu geben. Ihre ambulante Pflege Huber Herr P县 eine gute Beobachtung r r r r r